jungs was geht herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und somit herzlich willkommen zu einer neuen reaction hier auf meinem kanal leute ich habe komplett verpeilt das akk ja was irgendwie gemacht hat jetzt auf jeden fall hat er was rausgehauen zusammen mit ilia noch nie gehört sich ehrlich noch nie gehört müsste ich aber glaub ich mal rein hören so wie es aussieht zwei alben ready to die und das andere hier mein arm passt ah ok wollen wir mal abchecken so wir gehen aber rein in deformierte sicht von ilia und ilia und arkaya ich würde sagen ich lave gar nicht so lange fang direkt an gib ihm böse das ist nicht okay wir verlieren uns alle wieder an uns selbst geben zeit tiefer in die falsche weg alles was passiert ist nicht echt eines tages bin ich weg die sich deformiert alle sind effekt alles geiler beat auf jeden fall ich möchte ganz kurz anmelden ich habe das mikrofon in der hand weil ich keinen bock habe das wieder hier rein zu packen kein bock darauf ich schiebe diese filme jetzt nicht für zwei und es ist sehr nice stimme muss man dazu sagen die stimme kommt auch gerade sehr geil auf die beat sehr geil tag lang macht alles fuckte mich ab diese people diese stadt ich wusste genau dass ich raus muss ich wusste genau dass sonst aus ist es gab keine aussicht alles in uns in mein kopf weil ich dachte es lief nicht so gut wie bei anderen alles ordentlich alles fake alle sicht und lüste heute das ist nicht okay wir verlieren uns alle wieder an uns selbst gedanken fallen tiefer in die falsche weg alles was passiert ist nicht echt eines tages bin ich weg die sich deformiert der biet geht dezent in die fresse der gefällt mir alter der biet ja mal richtig in die fresse rein also junge 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 was habt ihr da gekocht bruder sag mal aber es ist auch mal interessant akai auch so eine biet zu hören weil irgendwie ich weiß jetzt nicht ob er schon dran war ich habe ihn jetzt noch nicht raus gehört aber ich bin gespannt wie akai auf so einem biet klingt das klingt ja mal also alleine die stimme von lia oder elia keine ahnung klingt schon mal sehr sehr geil auf diesem biet aber dieser biet ist auch einfach brutal stolz alles fake was die augen los diese welt sie ist nicht so wie sie scheint nobody's perfect sie ist ein falsche emotionen leiten uns im mind don't cry don't cry wenn der hate dich mal erreicht atme ein und halt es aus atme aus und lass es raus I don't care was du mir sagst ich ignoriere meine thoughts ich steh mein man ich halt mich alle nur am testen ich halt Distanz ich hab nur eins von meinen Stimmen ein toten tranz alles anders alles fake also akai auf so einem beat kommt auch böse ne also akai auf so einem beat kommt ja mal ganz ganz böse decke alle sichten Lüste heute das ist nicht ok wir verlieren uns alle wieder an uns selbst Gedanken fallen tiefer in die falsche Welt alles was passiert ist nicht echt alles tages bin ich ich steh vor mir alles im perfekte alles fake was die augen los ey der beat kommt böse ne der beat kommt ganz böse der beat knallt ja mal ganz ganz anders rein da ja aber geil gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir gefällt mir wenn er nur solche beats hat oder in diese richtung gehende beat da muss ich mir da mal auf jeden fall mehr von anhören ähm ja friends ich würde sagen das war's ich weiß nicht was ich sagen soll ich bin überzeugt ich bin überzeugt aber krass dass sie im Moment so mit äh dass sie im Moment was mit Leuten machen von denen man nie gehört hat so find ich geil find ich sehr sehr geil mal gucken was da noch so kommt und bin ich mal sehr sehr gespannt ja Leute ich würde sagen das war's wenn es euch gefallen hat lasst ein Like und ein Abo da schaut in die Videobeschreibung da ist der Song und ja würde ich sagen hau rein bis zum nächsten mal bis denn Tschüssi Koski Bradley 6 2 3 K